Der französische Spaniel ist ein reinrassiger Hund aus Frankreich und Kanada. Diese Hunde sind gesellig, intelligent und sanftmütig, was zu den besten Eigenschaften eines jeden Hundes gehört. Der französische Spaniel trägt mehrere Namen, darunter Epagneux Francais, French Setter und Canadian Setter. Geschichte Der französische Spaniel stammt wie der englische Springer Spaniel und der Kocker Spaniel wahrscheinlich von spanischen und portugiesischen Jagdhunden des Mittelalters ab. Manche glauben jedoch, dass der französische Spaniel im 14. Jahrhundert in Frankreich als Jagdhund entwickelt wurde. Im Mittelalter war der französische Spaniel bei Königen sehr beliebt, obwohl er zu Beginn des 20. Jahrhunderts fast ausgestorben wäre. Pater Fournier, ein französischer Priester, rettete die Rasse schließlich im 19. Jahrhundert. Der erste Standard wurde 1891 von James DeConnick verfasst und mehrfach überarbeitet. Die französische Rasse wurde in den 1970er Jahren nach Kanada und in den 1990er Jahren in die Vereinigten Staaten eingeführt. Sie ist eine seltene Rasse, selbst in Frankreich. Persönlichkeit und Charakterzüge Der französische Spaniel liebt es, aktiv zu sein und draußen zu spielen. Sie lieben es zu apportieren und lange Spaziergänge zu machen. Sie sind nicht sehr kuschelig, aber dafür sehr athletisch und beweglich. Die Erziehung ist relativ einfach, da sie intelligent und ruhig sind. Sie möchten ihren Tierhaltern gefallen. Fremden gegenüber ist die Rasse freundlich, es sei denn, sie wittern Gefahr, dann bellen sie. Ansonsten ist der französische Setter relativ ruhig. Diese Hunde wurden als Jagdbegleiter gezüchtet. Daher können sie gut apportieren und sind wachsam gegenüber ihrer Umgebung. Es handelt sich um hochintelligente Hunde, die gerne auf ihre Menschen hören. Wenn man sie jedoch längere Zeit zu Hause allein lässt, suchen sie sich eine Beschäftigung. Das kann das Graben im Garten sein oder das Herumkauen auf Gegenständen wie Möbel. Sie kommen auch mit Kindern jeden Alters und anderen Haustieren im Hausgut zurecht. Wenn sie ein aktiver Mensch sind, der Zeit hat, mit ihnen ins Freie zu gehen, ist dieser Hund vielleicht genau das Richtige für sie. Haltung Wie bei allen Hunden sollten sie auch bei ihrem französischen Spaniel regelmäßige tierärztliche Untersuchungen durchführen lassen, um gesundheitliche Probleme frühzeitig zu erkennen. Ihr Tierarzt kann ihnen helfen, eine Pflegeroutine zu entwickeln, die ihren Hund gesund erhält. Der französische Spaniel ist eine sehr gesunde Hunderasse, solange sie seinen Bewegungsbedürfnissen nachkommen. Bewegungseinheiten von mindestens einer Stunde am Tag in Form von Spaziergängen oder Spielen sind empfehlenswert. Dann ist es unwahrscheinlich, dass er übermäßig an Gewicht zunimmt. Diese ruhigen und sanften Hunde lieben es spazieren zu gehen oder sogar zu schwimmen. Kontrollieren Sie die Ohren Ihres Hundes täglich auf Verunreinigungen und Ungeziefer und reinigen Sie sie, wie von Ihrem Tierarzt empfohlen. Schneiden Sie die Krallen Ihres Hundes, bevor sie zu lang werden und er diese nicht auf natürliche Weise abnutzt. In der Regel ein- bis zweimal pro Monat. Sie sollten nicht auf dem Boden klappern. Ihr Hundefriseur oder Tierarzt kann Ihnen dabei helfen. Auch wenn es bei einem französischen Spaniel keine größeren Probleme gibt, sollten Sie dennoch auf seine Mundgesundheit achten. Sie sollten Ihre Zähne täglich putzen, da einige Rassen zu Zahnproblemen neigen. Ihr Tierarzt kann Ihnen zeigen, wie Sie die Zähne Ihres Hundes richtig putzen. Fellfarbe und Pflege Das Fell des französischen Spaniels ist häufig braun und weiß, wobei die Brauntöne von Zimtfarben bis Dunkelleberfarben reichen. Die Abzeichen sind unregelmäßig und können je nach Hund klein oder dominierend sein. Einige sind einfarbig Leberfarben oder haben einen einfarbig-weißen Körper. Manche Hunde haben auch einen einfarbig-weißen Kopf. Ihr Fell ist dicht und hat Federn entlang der Rückseite der Beine, des Bauches, der Rute und der Ohren. Am Kopf ist Ihr Fell kürzer. Diese Hunde sind recht pflegeleicht, da sie sanft und ruhig sind. Sie sollten regelmäßig gebadet und gebürstet werden. Mindestens einmal pro Woche sollten Sie die Zähne Ihres Hundes putzen. Das Fell des französischen Spaniels ist einigermaßen wasserabweisend, sodass er Kälte und Feuchtigkeit gut verträgt. Kinder und andere Haustiere Französische Spaniel sind sanftmütige und ruhige Hunde. Kinder jeden Alters können mit ihnen gut auskommen. Allerdings kann der Französische Spaniel durch übermäßig aufgeregte Kinder verletzt werden, wenn er nicht vorsichtig behandelt wird. Für jüngere Kinder, die früh lernen, wie man sich Hunden richtig nähert und mit ihnen spielt, kann der Französische Spaniel jedoch ein großartiger, aktiver Begleiter sein. Was andere Haustiere angeht, so kann der Französische Spaniel aufgrund seines ruhigen und sanften Wesens mit anderen Tieren im Haus oder draußen auskommen. Französische Spaniels sind sehr freundlich, es sei denn, sie wittern eine Gefahr. In diesem Fall bellen sie. Ob sich ihr Französischer Spaniel mit anderen Hunden und Katzen versteht, hängt von der Erziehung, der Sozialisierung und dem Glück der Auslosung ab. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.